Hilfe, meine jungen Rosen! Verschwinden unter Schnee und Eis! Ich weiß ganz genau, dass Sie sich zu Hause Sorgen darüber machen und auch hier im Landhaus Ettenbühl haben wir eine dicke Schneeschicht. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen zeigen, was wir machen unter diesen Bedingungen und Ihnen vielleicht ein bisschen die Sorge nehmen. Kommen Sie mit! Musik Normalerweise im Winter würde ich jetzt bei solchen Bedingungen sagen, gehen Sie ruhig mal raus und schütteln Sie Ihre Rosen schön ab, einfach mit einem Bambusstock, damit der Schnee da nicht so schwer drauf liegt. Schauen Sie mal, hier sind die ganzen jungen Triebe, die ganzen jungen Blättchen hier unten. Im Moment würde ich Ihnen raten, lassen Sie den Schnee einfach drauf. Der dient im Prinzip tatsächlich als Frostschutz. Das ist eine schöne Haube, damit die Nachtfröste, die Tiefen jetzt da nicht so ins junge Laub reinfrieren und von daher lassen Sie das ruhig mal drauf. Und dann erst nächste Woche, wenn es dann eben anfängt zu tauen und die Nachtfröste eben nicht mehr angesagt sind, dann können Sie eigentlich hingehen und dann einfach mal kurz Ihre Rosen ausschütteln, so dass eben vom Tau nicht selber gemacht wurde. Und dann werden wir sehen, ob das Laub Schaden genommen hat, ob da was passiert ist jetzt von den Frösten oder ob der Klimpflicht davon gekommen ist. Und selbst wenn das junge Laub jetzt gelitten hat unter den Frösten und unter dem Schnee, dann machen Sie sich da keine großen Sorgen. Wir fangen zum Beispiel lang sofort wieder an, wenn es nächste Woche wieder wärmer wird oder übernächste Woche und spritzen eben mit unseren organischen Mitteln, mit der Kombi aus Plant Health und Plant Wellness und dann kriegen die auf jeden Fall wieder ihre Stärkung und das Laub ist wieder geschützt. Vielleicht das ganz mitgenommene Laub, das zupfen wir dann ab, aber das zeige ich Ihnen, wenn es denn soweit ist nächste Woche oder übernächste Woche im Video, dass Sie da auch noch mal eine genaue Anleitung haben. Also wie gesagt, jetzt den Schnee einfach erst mal drauf liegen lassen und quasi als Schutz, als eben wärmende, in Anführungszeichen, Schneehaube auf den Rosen lassen. Ja und ich habe hier noch Vlies dabei, hier hinter mir in der Yellow Brick Road. Da sehen Sie nämlich, da haben wir einige unserer Stauden abgedeckt. Die Rosen, wir können natürlich nicht alle Rosen jetzt hier im Garten abdecken. Das wäre eine Monsterarbeit, keine Chance. Aber bei den nicht ganz so harten Stauden, die jetzt wirklich Schaden nehmen würden, wenn es minus acht oder so Grad wird in der Nacht, die Artischocken, die Sie hier sehen zum Beispiel oder die Penstemon oder auch unser Salvia Amistat, dieser wunderschöne, der uns den ganzen Sommer erfreut hat, die vertragen das eigentlich gar nicht so gut und deswegen haben die alle jetzt so kleine Fleece-Tippis hier bekommen im Beet, damit die ein bisschen geschützt sind und ich hoffe, dass die das also auch jetzt hier gut überstehen und das sehen Sie hier hinter mir in der Yellow Brick Road. Aber hier zieht es sowas von. Wir hatten uns jetzt überlegt, was machen wir bei dem schlechten Wetter, um sie auch ein bisschen aufzuheitern zu Hause und ihnen so die Freude, die Vorfreude auf danach, auf nach diesem Wintereinbruch wieder zu geben. Und da haben wir uns gesagt, wir sammeln so viele schöne Eindrücke aus dieser Woche, die unser Garten hergegeben hat mit Blüten und schönem Wetter, was eben jetzt vor dem Wintereinbruch war. Und das zeigen wir Ihnen jetzt, um Sie auch zu Hause ein bisschen einfach damit zu erfreuen. Und später treffen wir uns dann danach gleich noch mal hier bei uns im Restaurant. Hier übrigens im Teegarten, der saß schon voll die ganzen letzten ein, zwei Wochen. Da saßen die Leute und haben die Sonne genossen, als wäre es Sommer und jetzt eben noch mal ganz anders. Aber wie gesagt, jetzt erstmal viel Spaß mit den schönen Impressionen hier aus den Gärten und dann treffen wir uns gleich noch mal drin auf eine Tasse Tee im Restaurant. Ich stelle Ihnen ein sehr, sehr schönes Buch von John vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Das Buch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.